So, bei mir jetzt Peter Holmgren. Peter, lasst uns zu den Zuschauern klicken. Schau mal, wie die Mannschaft gefeiert wird. Unglaubliche Energieleistung von euch. Was soll ich noch stoppen? Ja, wir haben heute aus Team zusammengehalten. Geile Teamleistung. Alle sind in der Waagschale geworfen, aus Team gespielt, aus Team gewonnen. Und das Schoan hatte zu Hause gemacht. Mit der Zuschauer hier. Geile Stimmung heute. Man sieht, alle sind in die Verantwortung gesprungen. Auch du mit deinen Paraden. Auch Sabolot, ein tolles Spiel heute. Ist das der Schlüssel über das Teamkollektiv, auch bei so vielen Ausfällen, dann so eine Leistung aufs Eis zu liefern? Ja klar. Jeder hat alles für Team gemacht. Schüsse gelockt, egal was. Ich meine, die Woche war hart. Im Training war jetzt nur Leute oder irgendwas. Keine Ahnung. Aber nur zusammen hart. Jeder seine Rolle macht. Und alles für das Team einfach. Peter, herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Und jetzt viel Spaß beim Feiern. Wir gehen ab in die Werbung und sind dann zur Pressekonferenz wieder. Zurück.